Jo, hi, zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier auf dem anderen, auf der anderen Uferseite von dem Crazy Fluss. Und es geht darum, hier das Banditenlager mal auszubaldowern und zu killen. Oh, wer ist da? Keine Ahnung. Schön gepfiffen. Wer ist denn da? Wer spricht denn da überhaupt? Ich sehe hier niemanden. Hallo? Oh, Alarm. Das sind wahrscheinlich relativ viele dann, oder? Ich trage auch ein bisschen viel. Das ist jetzt doof. Wer ist denn da wo? Ich sehe hier überhaupt niemanden. Ah, er hier. Bogenschützen. Erstmal, okay. Oh, voll ins Pferd. Böser Mensch. Ah, der ist schon mal kaputt. Gnade? Ich glaube, es hat. Hast du nicht gerade auf mich eingedroschen? So. Oh, noch einer. Oh. Ich weiß, wie das endet, ja. Muss mal kurz weggehen, weil mich würde mal interessieren, wer denn hier eigentlich alles auf mich einschlägt. Ah, er hier. Der schwarze Ritter. Wie viel sind das denn? Tausende? Oh, shit. Schön wäre eigentlich, die einzeln zu haben, ne? Ich muss mal kurz weg. Hm, was hat mein Pferdchen? Oh, noch einer. Zu dritt ist ein bisschen viel, finde ich. Mal kurz ein bisschen wegreiten. Ja, das tust du. Was ich noch nie ausprobiert habe, und das ist halt vielleicht mal interessant, ist ja, dieser komische Sch... Ähm... Heilmittel. Das habe ich noch nie ausprobiert. Kriegt das was? Ja, okay, es macht einen fit, aber... Ach, komm, jetzt reitet dich jemand nicht fest, mein Kind. So. Kann man eigentlich auch vom Pferd aus fighten? Ach, Unterhaltung nennst du das. Ah, die anderen kommen auch, okay. Natürlich hart. Und treffen tut man die eigentlich nicht, ne? Ist der andere auch noch da? Mann, auf dem Pferd ist das echt blöd. Der andere auch noch da? Ja, beide. Ich glaube, man muss das clever machen, dann geht's, ne? Kriegen die überhaupt was ab? Das ist die Frage. Du wirst neiden. Mehr hast du nicht gehofft? Es ist die Frage. Warte. Komm her, du reichheit. JEP. Oh. 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 Zmeck Wow, 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 wow Komm herr mal auf Was, hast du Schiss, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich Schiss habe Ah, shit. Hier im Wald ist natürlich blöd. Okay, der ist kaputt. Jetzt geht's um ihn hier. Ja, sammle deine Käfer. Du wirst gebrauchen. Du wirst leiden. Weißt du was? Kurz ein bisschen wegrennen. Kurz ein bisschen umrüsten, oder? Hä, was macht der? Oh. Bringt gar nichts gegen ihn. Doch. Geht so. Ah, Bogenschießen ist echt nicht mein Ding, wa? Oh, shit. Oh. Komm her, du Weichei. Oh. Das nennst du Kämpfen? Ha, auf. Mehr hast du nicht drauf. Na komm. Oh, ich treffe auch gar nichts. Du wirst leiden. Okay, Mann. So, steck mal rein, das Zeug. Nee. Dein Ohr brauche ich auf jeden Fall. Was hat er noch im Angebot? Der Eisenhut ist natürlich nice, ne? Ist der besser als meiner? Weiß ich gar nicht jetzt. Da, gutes Zeug, was ich bräuchte eigentlich. Wenn ich das alles mitnehmen, bin ich total überladen, oder? Ups. So, fertig. Muss natürlich mal ein bisschen was jetzt in die Satteltaschen reinpacken. So. 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 Look. okay ich glaube das war schon okay gut immer noch ziemlich viel doppelt okay wir müssen das auch mal rückmelden ja bei kollege bernhard aber ich muss jetzt erst mal gucken wo die anderen sind die hier weg ist ein schnetzelt ab das war der anführer und der andere liegt hier hinten warum oh hessien ich nehme den ganzen quatsch mit ich weiß noch nicht was er hat so und dann rufe ich mal das pferdchen dann reiten wir mal hoch ins lager so hier oben haben wir auch gekämpft irgendwie ein zwei weggeschnetzelt wo sind sie irgendwo da oben vorm lager na komm fertig schaffst du schaffst du ich war zuversichtlich okay wir wollen hier mal eben rauf kommen jetzt oh man abgeworfen so wir standen aber auch weit entfernt also irgendwo da hinten und da haben wir gekämpft mal eben gucken muss eigentlich alles mit dem pferd machen weil jetzt so überladen ist das natürlich ätzend was ist denn hier los alter crazy vogel oder was so wo habe ich denn mit denen gefaltet hier oben noch oder bin da hier hingekommen hallo hallo vielleicht müsste ich einfach mal ein bisschen höher sitzen also auf dem pferd ist einfach nur hoch gekommen und dann habe ich mal geguckt so wo die sind und irgendwo da hinten waren sie doch und dann haben wir angefangen zu fighten ja da oder da sind sie ja komm so gleich kann ich gar nicht mich gar nicht mehr bewegen so waren natürlich zwei oder einer ich weiß es nicht mehr ich glaube zwei jetzt gucken wir erstmal hier rum oh der schläft noch der hat alles verpennt 100 groschen das ist schon mal gut lazarus elixier was immer das macht nehmen wir alles mit ok seid meine böse aber ich bin ein bisschen überladen haha so die haben wir ganz gut gehaust ich glaube aber ich muss ein bisschen was ins pferd wegladen weil so geht es ja gar nicht ach komm ab in die satteltaschen so das zeug die ganzen hosen von den vögeln alles weg hier den behalte ich mal kurz weil den wollen wir gleich verchecken würde ich mal sagen naja das ist alles ok was kann ich mit ihm nicht machen pferd kann schon nichts mehr tragen man ich brauche mal ein neues pferd ey ok lassen wir kurz oh das pferdchen kann auch fliegen so lassen wir schlafen und wir gucken mal kurz der feine herr lalala wo ist er denn noch hier gegen zwei gekämpft einer ist wahrscheinlich den berg runter gekullert so ähm ich muss mal kurz auf die map gucken weil wir müssen das da ist schon bericht erstatten oder ja ja können wir da schnell hinreisen nö so können wir da schnell hinreisen na ok ja klar das zum thema schnellreise so dann wollen wir mal rüber und dann haben wir es auch mit der schnellreise so weit ist es ja nicht komm ferdi gib Gas oh scheiße so jetzt aber oder ok dadurch selber nahe an der burg oder wo ist er das könnte sein oder strom hat er da irgendwo im dorf rum glaube ich aber nicht ne 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 in der burg ist er wahrscheinlich ne ah ich hätte hier lang gemusst genau und dann rauf in die burg ne Pferdchen ist gleich total alle schon voll am pumpen das Pferdchen so wir wollen Tja eigentlich könnte ich gleich ein bisschen was verkaufen hier hinten ne ob ich das los ich weiß noch nicht ob ich das jetzt alles in den Satteltaschen hab und haben die noch auf? ach die haben schon zu so wir wollen mal hoffen dass Ben nahe noch Sprechstunde hat na schauen wir mal und da wöchst So, wollen wir davon ausgehen, dass er hier drin ist, irgendwo? Ach, der pennt schon wieder. Ist er das hier? Ich habe den paar Öhrchen mitgebracht. Fetzig Mäuse, sehr gut. Oh. Oh. Ist gut, ich sehe mich dort um. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das haben sie verdient. Ich wüsste gern... Ah, ich glaube... Okay, scheinbar gibt er im Andauern neue Banditenlager, was ja jetzt erstmal nicht schlecht ist, weil das hat sich ja jetzt übelst gelohnt. Ich muss noch den ganzen Plunder mal loswerden. Lass mal kurz... Ups, zu meiner... Ja, der Heinrich. Der Heinrich geht jetzt erstmal schlafen, Freunde. Das meine ich eben mal zu meiner Butze hin. Und dann entweder zwischenlagern oder eben mal kurz schlafen und dann am nächsten Tag verkaufen. Mal eben kurz gucken. So, mal eben kurz ein bisschen schnarchen. Dann ist, glaube ich, erstmal... Ich glaube, erstmal ganz gut. Können wir morgens verkaufen und dann geht's auf das nächste Ding. Äh, schlafen. Möglichst lang, was schaffen wir? Oh, nur so kurz. Bis zum Beispiel. Vielen Dank. So, dann lass uns, oh es regnet schon wieder, lass uns vielleicht noch ein bisschen warten, weil ich will dann halt schön zum Händler gehen und Sachen verkaufen und der Rest kommt in die Kiste. So, wir machen die auf um neun oder was? Müssen wir mal schauen. So, wir machen die Kiste. So, wir machen die Kiste. So, wir machen die Kiste. Okay, gut, dann lassen wir das mal ein Pferdchen, naja. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Händler, weil der Händler, der nimmt immer am meisten ab. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Händler. Verkaufen. Die Apple kann ich verkaufen. Oh, das behalten wir alles schön, so. Na, 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 das brauche ich nicht. Klar, zwei Stück, alles weg. Oh, da, oh, kleines Schuster-Set, Schneider-Set, Schmiede-Set. Wo ist das Problem? Weg damit. Das ist auch weg. Vernietete Handschuhe. Aha. Achso, wie viel Kohle hat der eigentlich? Doch, der hat gut, ne? Der hat ganz gut was dabei, der Kollege. Jo, das war's. Das gefällt mir. Und das kannst du auch alles so haben. So, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen agiler. Ähm, ich hab ja aber noch was, ich hab eigentlich noch was im, in den Satteltaschen, ne? Äh, Satteltaschen, Satteltaschen, warte mal, Pferd. Pferd, so, wie krieg ich das rüber ins Inventar? Tak, 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 den ganzen Käse verchecken. Ne, nicht meinen Helm, aber egal, gut. Mein schöner Helm. Achso, den kann ich natürlich gleich wieder reintun. Wär irgendwie sinnvoll. Rüstung. Tak, 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 Eisenhut hab ich natürlich, klar. Aber mein crazy Superhelm, wo ist er denn? Aus dem Schatz. Ähm, wo ist er denn da? Den möchte ich in der Satteltasche behalten. Okay, ich trag mich mal da rein. Boah, fast total überladen, der Kollege. So, dann haben wir aber, glaube ich, erstmal genug Kohle, ne? Ich glaube, ich habe jetzt 2000 oder so. Hallo, äh, ich habe hier so viel zu. Könnt ihr mir was abnehmen? Lass uns handeln, Baby. Und ich will verkaufen. Das hier. Wie viel hat er noch? 1,8. Okay. Guck mal, was wir alles Schönes haben. Alles im Angebot. So, das Ding weg. So, puh. Noch ein Kettenhemd, alter Verwalter. Hirnhaube. So, Jagdhandschuhe. Haben wir auch schon tausende gehabt. So, die Sets behalten wir. So, dann haben wir den ganzen Kram weg. Die sind eigentlich ganz nett, ne? Naja. So, die Ringe müssen wir behalten. Karte, Verband. Das ist es dann, ne? Jo. Boah. Immer noch sehr überladen. So, was haben wir jetzt gesagt? Kohle. Ups. Kohle. 4K. Also, das ist dann doch schon relativ viel. Haben wir noch irgendwas, was wir hier loswerden müssen? Pfeile, Waffen und so weiter. Warum bin ich im Moment so schwer? Rüstung ist eigentlich alles ausgerüstet, ne? Ja. Nahrung, jede Menge Futter. Questgegenstände Sonstiges. Was habe ich denn hier? Schleppe ich denn mit mir rum? Die Dinger vielleicht? Naja. Naja, die brauche ich. Schaufel. Ist eigentlich nicht so viel, ne? Ja, 40 Verbände ist vielleicht... Naja. Bisschen Tumatsch. Wie schnell kann ich denn laufen? Das geht eigentlich, ne? Ähm. So, was sagt denn das Questlock? Ah, Moment. Äh, alles glitzert. Mach, das Münzen-Ding. Okay, alles klar. Und das will ich so mal eben angucken. Ich weiß es nicht. Oder soll ich das beim nächsten Mal machen? Machen wir beim nächsten Mal. Okay? Okay, also. Bis dann. Ciao. Oh, Pferdchen. Alles klar. Ciao. 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 Ciao.